Auf dem Tank steht Bronto 7 DC. Die Arbeitsbreite entspricht aber 7,20 Meter. Das ist die ideale Kombination mit einer Spritzbreite von 36 Meter. So habe ich fünf Überfahrten, die Fahrgassenspur immer genau mittig liegen und habe eine sehr, sehr leichtsüchige Maschine. Das Maschinengewicht, das Konzept ist nur minimal schwerer als eine vergleichsweise 6 Meter Maschine. Wir haben hier bewährte Komponenten aus der 6 Meter Bronto in die Maschine eingebaut. Einzeltank mit 4000 Liter Kapazität, Doppeltank mit 5000 Liter Kapazität, bewährte Turbodiesk-Schare, ein neues, leichtes Polygrammsäschar, das Paradisc, was wir hier an der Maschine auf der Messe vorstellen. Und neue Minidrill-Varianten. Die Minidrill-Variante G&F in der Front für eine weitere Komponente im Säschar oder im Düngerschar. Und die autarken Varianten jetzt auch mit Halbseitenabschaltung im Heck der Maschine und zum Beispiel Mikrogranulate, Schneckenkorn, Untersaaten, vor dem Packer, hinter dem Packer oder hinter den Säscharen gekonnt zu applizieren. Danke. 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 Danke.